So, da bin ich wieder. Danke mir mal zur Propaganda. Alter, wie sie hier auch aussieht. Alles verbrannt, verkokelt, alles zwar mit abgefackelten Feuerwerkskörpern. Es ist schon hier. Halt ihn weg! Guck mal. Ah,anaschloch, bin da raus! Yeaah, du gehörst mir! Bin da raus! Oha, haha, 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 ahaha! so und spitz das ist hier egal ich auch mit wieder erstellen und so headshots das geht ja schnell beim letzten Mal war es mit viel mehr Komplikationen ja jetzt natürlich von der anderen Seite in dieser Stadt lauern zahllose Gefahren Menschen Erkrankheit und Erflut das das hier Alter kann helfen unsere Gemeinschaft basiert auf gegenseitigem Verständnis und Vertrauen und kommen wir das ging schnell zwei Kopfschusskills schön klar verbündeter Kontrollpunkt entdeckt so ähm wir sollten sie aufsprengen wofür sie wollen haben sicher alles mitgenommen ach komm schau mal was sie wollen reise reise seht man reise jeder tut auf seine weise manche mit Musik oder manche ohne manche mit normaler Internetverbindung und manche mit guten Servern und manche mit Ubisoft Servern das ist das ist etwas nervig das ist ja so wie du finde hier wird es die Open Beta von Arno 1800 gespielt ich finde mir blöd das ähm die es nicht so machen und sagen so du kriegst du so viel Vision und dann war's das auch weil das ist halt so du kannst ein zweiter weiter spielen hast aber dann drei Missionen an den aber da kommst du nicht weiter halt nicht weiter so keine Projekte Stufe Aufstieg ups schön ah behälter nein eintreffende Verstärkungsanforderung machen wir gleich mal auf so zack das m 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 so das ist das nächste ich glaube das ist schon so spät sind bestimmt schon da so aber die kontaminieren und bei der jetzt ich weiß nicht warum grafik heißt grafik mich doch jubisoft was habt ihr gemacht das ist nicht das erste was euch das passiert ich weiß nicht was sind es ist auch schon so ist hier auf alle fälle das weiß ich soll habe ich mal wieder mitbekommen aber sonst ist Ich hab auch keine Panik. Du hast die, glaube ich, Panik. So, haben wir kurz aufgeräumt. Ich glaube, die Hainas waren jetzt schon mal da. Ich weiß nicht, wie die drauf kommen, aber ich hab immer das dumpfe Gefühl. Der Shade-Tech-Behälter befindet sich im Kellerlabor. Rechnen Sie mit Hainas. Die versuchen schon lange, dort reinzukommen. Die sind bestimmt schon drin. So. Habe ich gesehen. Aber sonst? Was ist das schon? Oh. Schön. Und wieder geht's. So. So. Ach, das ist auch noch einer. Glaubt mir, gegen ein LMG kommt er nicht an. Ach, da. Hä? Von wo? Ach, da. Ich treibe euch zusammen. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt nimmst, wo wir enden können. Mann, das ist schon nicht so gut. Ich weiß nicht, wie wir es immer tun. Mann, das ist doch nicht. Ich bin halt nicht. Ich bin halt nicht. Mann, du bist nicht. Mann, du bist nicht. Ich bin halt nicht. Mann, du bist nicht. Oh, Mann. Das könnte nicht ewig ausheilen. Oh. Oh. Hi. Oh. 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 Da Sollte 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 Komm Komm Komm. Ja, komm. Das ist so... Oh. Sehr geil. Hä? Ja, das wird ähmlich. Ich weiß, Entschuldigung, aber ich wollte es ausprobieren. Hat wohl nicht geklappt. Ah, Mist. Naja. Blöd. Ganz blöd gelaufen. Ah. Weil... Weil sie nochmal, oder? Hinten Sie den Behälter bergen können. Jo. Jo! Colleen Bielinklade! Vestil des Soldats large-scale gunumping. Sees now, there's steam trip. Wait. I'll be 7-0-4-7-0! ... back of the day at the end... ... round 1... ... pull beam... ... agent mould verstärken. Let's go! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Was ist denn das Auto? Oh 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 und zwar nichts schönes hast du da rein wo die da raus wo die reingekommen sind oder wie jo da war doch was so ist nichts hier ist geht es er kauft ich kann zerstören ich möchte da rein wie komme ich da rein so dann guck mal weiter weiter gehen würde es hier oder da wird es wieder gehen Während der Krise hat die JTF im Keller des American History Museum ein Gefängnis eingerichtet. Jetzt haben die True Sons dort was sagen. Okay. Und dann zufolge gibt es dort einen Schatz zu heben. Transkripte und Notizen von den Verhören der Gefangenen durch die True Sons. Vor allem Hyenas. Deshalb bist du deshalb so interessiert. Ah. Alter. Wenn sie die Gefangenen befreien, sind die True Sons erstmal mit dem Aufstand beschäftigt. Und sie kommen leichter an den Schatz ran. Mhm. Hört sich gut an. American History Museum Boah, ich liebe Museen. In Spielen. Vor allem in solchen Spielen. Boah. Also vor allem weil die Kulisse, die ist, ich finde die Kulisse, die ist ein bisschen gruselig. Und das finde ich echt klar. Cool. Ich mach den Türen fertig. Na komm. Mach mich fertig. Ich warte. So, dann eben nicht. Yeah, für die Revolution. Hände hoch. Ja, ja. So. I walk the line. I walk the line. Was sind da? Da sind Feinde. Und weil ihr es ohne mich für ihn nicht schaffen würdet. Was? Nein. Ich bin doch nicht irgendwie... Eastmore. Ah. Unbegratete Gegner. Das sind die liebsten Gegner. True Sons geh ich mal von aus, oder? Das soll Liegestütze sein? Das kriegt meine Oma besser hin. Und die ist seit 15 Jahren tot. Äh, wo? Ach da. Ja. Das soll ich schon mal so, meine Oma besser hin. Na ja. Wagen zu zweifeln. Ist mir schon, wenn sie überhaupt wisst, wie das Ding hier angeht. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Ah. Das ist ja gut. Dann können wir uns gleich noch einmal einsiedeln. Äh, einsiedeln. Ansiedeln. Ein Ansiedelkrebs. Alter. Schatzverfügbar, oder? True Sons. Metro Ruinen. Oh. Kommt gleich wieder so ein Telepath, oder was? Boah, die Dinger sind echt nervig. Also Telepathen. Äh. Alter. So, Fuß. Ich bin zu Fuß hingekommen. So. So. Ist das hier? Ja. Das sieht hier so aus. Scheiße. Los. Ich bin zu Fuß. Schatz. Ich bin zu Fuß. dann muss ich das so Das Zeug schützt mich. So. 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 Gesichert. Von wo? Ach von da. Gesichert zusätzliche Feindkontakte. Schwer gepanzerter Feind erkannt. So. Keine Sorgen, da hat sich was bewegt. Was ist das? Was ist das? So. Das war's. Vorratsraum. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ne. Ähm. Hier. Ah. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Anlegen. Oh. Anlegen. Ah. So was. Okay. Okay. Cool. Und weiter geht's. Uh. Ne. Weiter ran. Und dann. Und dann. Und dann. und zurück oben aber diese bogen leute die gefallen mir hier drin irgendwo rembrandt von rembrandt von rhein selbstvertrag und rembrandt so märkens für museum Nein! 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 Ach da. Mist. Hä? 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 Ich hab ein Loch ja schon zwei, dreimal getroffen, aber egal. Fällt dir das? So. Äh, weiter runter? Ich dachte wir müssen auch rum. Zuerst müssen Sie die Gefangenen freilassen, damit die Fußwands beschäftigt sind. Suchen Sie nach einer Art Sicherheitsterminal. Nachdem Sie sich in den Wegtpfehl geschossen haben. Das Sicherheitsterminal sollte nicht weit sein. Schauen Sie sich um. Alter. Der Ton ist auch nervig. Aktives Terminal erkannt. Klingt gut. Schließen Sie Isaac dort an. Oh. Ich bin drin. Jetzt die Zellen öffnen. Die Zellen sind offen. Alter, die Musik im Hintergrund. Ein bisschen spooky finde ich. Aber ich find's was echt cool. So. Ja. Hä? Warte. Ich mach den Typen fertig. Du gehst zu Boden. Das ist ja mega unfair. Ich komm noch nicht an den ran. Wo kommst du denn her? Oh. Oh. Wie das rausgequält das noch kam. Oh. 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 Hey. Mal bauen sie in die Gänge hin. Ich weiß jetzt nicht was man von mir möchtest. Ah. Ja. doch mann funktioniert nicht mehr da muss ich laufen ey du musst mich naja, da kommt das her so ja, es hat auch was gebracht herunter zu gehen hat's auch ja 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 Was ist das? Ich geh aus und froh! Die Vision? Jetzt hast du ein Problem! Los, rein da! Was hast du denn gemacht? Ich ziehe hier, Stello! Ender Position! Scheiße! Er ist tot! So, das war's! Ihr seid kein Gegner für mich! Ah! Cool! Das sieht echt geil aus! Saloon! 1, 2! Also nicht mit der Garazza, aber allgemein! Oh! Oh! 1, 2! 4! 1, 2! 1, 3! 1, 2! 2, 3! ja nichts besonderes also ich dachte jetzt kommen erst mal das ist geil ich lieb wie gesagt ich liebe diese Mission in Museen und auch die eine der Anfangsend-Missionen von Wafia 3, boah die ist überhaupt geil von denen das war so lange nicht bei mir ich wusste es wo ist der Rest wie früher in Korea oder Vietnam Schade 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 Alter! Cool, Teddy! Das ich da vorher nicht drauf gekommen bin. Danke, Tentenkumpel. Hat der mich erst mal auf die Idee gebracht. Sehr nett von ihm. So. Auf damit. Ha. Was ist das? Ha. Schüssel. Ähm. Noch nicht. Oh, doch. Ja, ich glaube schon. Ja. Aber zuerst das hier. So. Aber ich muss mir wieder richtig hinsetzen. Ich merke schon den Rücken. So. So. Äh. Oh. Falsch. Ja, ich weiß schon Bescheid falsch haben. Der Forad meines Weines ist mein Freund. Ich habe Sie wieder im Bild. Der Hauptgefangenenraum ist gleich da vorne. Sobald Sie den Laptop haben, sollten Sie schnell verschwinden. Jo. Verstanden. Ich lasse Sie erstmal ein bisschen rumspielen. Was ist bei ihm? Ich lasse Sie erstmal ein bisschen rumspielen. Ich lasse Sie erstmal ein bisschen rumspielen. Die ich brauche? Jo. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was ist das? Ah, okay. Okay. Raus hier. Ja, ich glaube, dann haben wir es auch schon, oder? Scheinbar nicht. Nein, es kommt noch ein kleiner Entfalt. Nein, noch nicht. Sie versuchen durchzubrechen. Lassen Sie die Platten sichern! Ich wusste es auch. Captain Briggs. Das war nicht zu zweifeln. Ah, fuck. Es ist eine blutige medizinische Hilfe erforderlich. Verdammte Scheiße! Bis zum nächsten Mal.